Moin, herzlich willkommen in Martins Musikkiste. Ich bin Martin Hänsel und das ist unsere tolle Pleckmaschine, die seit Februar 2019 hier in Kaltenkirchen steht und wirklich die nördlichste Pleckmaschine in Deutschland ist. Anja und ich waren ganz begeistert schon immer, hatten die Pleckmaschinen auf den Musikmessen gesehen und vor gut elf Jahren, zwölf Jahren auch bei Martin in den USA kennengelernt. Und seitdem spukt es immer im Kopf, dass wir sowas brauchen. Also wenn ihr hier im Norden unterwegs seid und unglücklich seid, weil eure Gitarre oder Banjo oder Mandoline inzwischen Kerben hat in den Bünden, können wir das hier perfekt wieder ausmerzen und abfräsen. Das tolle an der Pleckmaschine, habt ihr sicherlich auch in den ganzen anderen Videos schon gesehen, dass die Maschine wirklich unter Seitenspannung das Instrument vermisst. Das heißt, die Abrichtung ist nachher wirklich so optimiert, wie euer Instrument mit eurer Seitenlage, mit euren gewünschten Seiten, dann eben auch die Halskrümmung sich einstellt durch den entsprechenden Seitenzug. Das Besondere bei uns ist, dass wir eben auch einen Custom Fräser haben, der nur ein Profil hat und so ein schmales Fräsrad hat, mit dem man eben auch in die hohen Bünde von Mandolinen oder Banjos kommt. Zusätzlich haben wir eben auch die Kompetenz, überhaupt Banjos und Mandolinen und Ähnliches stimmen beraten und eben auch bearbeiten zu können. Wir haben auch schon fünfseitige Banjos von flachem Griffbrett auf Radius Threadboard umgefräst mit der Maschine. Dann muss man natürlich neu bondieren. Mit manchen Einlagen wird das sicherlich auch nicht machbar sein. Aber so kann man viele tolle Sachen hier im Norden bei uns haben. Beim Museen ist in der Regel ein bis zweimal die Woche hier und macht dann zum Beispiel die Neubundierung. Aber eben halt auch Sättel aus Knochen, rechts auf Linkshänder umbauten und all solche schönen Sachen kann man hier machen. Wir freuen uns. Bis dann.